Jacuz macht es mir sehr schwer, ihn unvoreingenommen zu besprechen, weswegen ich von der üblichen Form abweichen und die Kritik im nüchternen Fragebogenstil verfassen werde. Hätte ich diesen Film sehen wollen, wenn er nicht in der Sneak-Preview gelaufen wäre? Nein. Warum nicht? Regisseur Roman Polanski vergewaltigte vor vielen Jahren in den USA eine 13-Jährige, floh anschließend und ist bis heute nicht bereit, sich der dortigen Justiz zu stellen. Selbst wenn ich den Umstand berücksichtige, daß sein Opfer ihm mittlerweile vergeben hat und auf Twitter bittet, ihn in Ruhe zu lassen, bleibt mein Zweifel, ob es bei diesem einen Fall blieb. So erstattete Renate Langer 2017 in der Schweiz Anzeige gegen ihn, ebenfalls wegen Vergewaltigung, ebenfalls in den 70ern. Ist meine Position zu Polanski denn eindeutig? Zu seinen Taten unbedingt und ohne Kompromisse. Was den Menschen angeht, tue ich mich schwerer. Eine schlimme Kindheit kann und darf keine Legitimation sein, sich seinerseits an Schwächeren zu vergreifen, aber als jemand, der Zeit seines Lebens nur Frieden und Wohlstand kennenlernen durfte, bin ich als Richter über einen Mann, der den Holocaust hautnah miterlebte, dessen Mutter in Auschwitz ermordet wurde und der nur überlebte, weil er 1943 aus dem Krakauer Ghetto floh, dessen Frau 1969 bestialisch umgebracht wurde, der so viel Gewalt gesehen und verinnerlicht hat, denkbarst ungeeignet. Was ich verurteilen kann, will und werde, ist die Tatsache, daß er mindestens ein Leben ruinierte. Und ich kann sagen, daß ich seine Filme aufgrund eben dieser Tatsache nicht mehr sehen möchte. Eine Bewertung des Menschen steht mir in meinen Augen schlicht nicht zu. Das heißt, ich war schon immer Polanski-Kostverächter? Nein, ich hätte mich früher als glühenden Fan bezeichnet. »Tanz der Vampire« war jahrelang eine meiner absoluten Lieblingskomödien, seine Macbeth-Inszenierung hat mich bei der ersten Sichtung umgehauen, ist sie doch in ihrer Rohheit und Brutalität so pur, wie es nur ganz großes Kino schafft, und »Rosemary's Baby« und »Chinatown« sind schlicht zum Niederknien tolle Filme. »Ist Jacuz denn ein guter Film?« Nein, er ist sehr gut. Polanski erzählt die wahre Geschichte der Aufarbeitung der Dreifuß-Affäre, welche dadurch ausgelöst wurde, daß besagter Dreifuß, ein junger Offizier im französischen Militär Ende des 19. Jahrhunderts, mit absurden Begründungen der Spionage für schuldig befunden und verbannt wurde. Ein Unrecht, dessen Wiedergutmachung einem einzigen Oberstleutnant zu verdanken ist, welcher unermüdlich und aller Widerstände zum Trotz weiter ermittelte. Daß eben diese Geschichte, in welchem die meiste Zeit nur altertümlich gekleidete Herren in prunkvollen Räumen stehen und miteinander diskutieren, derart spannend ist, liegt neben Polanskis schnörkellos schlanke Inszenierung ganz klar am Hauptdarsteller. Es ist aufrichtig toll, mal wieder eine ganze Spielfilmlänge lang mit Jean Desjardins beglückt zu werden, den ich für einen der besten Schauspieler seiner Generation halte. Nicht wegen des verschnarchten The Artist, sondern wegen des sträflich unterschätzten 3990. Desjardins zeichnet seinen Picard als historischen Ermittler im Auftrag der Wahrheit, welcher auf der einen Seite klar Produkt seiner Zeit mit all ihren Vorurteilen ist, den Fakten und Gerechtigkeit aber immer mehr interessieren als blendender Fanatismus. Dies macht ihnen einer Welt, in welcher es vor Ressentiments und offenem Hass gegen Juden nur so wimmelt, fast schon wieder zum strahlenden Helden. Und so eindringlich, wie hier in wenigen Schrecksekunden aufgezeigt wird, auf welch fruchtbarem Boden des Antisemitismus die Nazis wenige Jahrzehnte später die Saat ihrer Schreckensherrschaft würden pflanzen können, vermag es dann halt auch nur ein Polanski zu zeigen, der spürbar weiß, was er da erzählt. Ziehe ich aus der Sichtung irgendwelche Schlussfolgerungen, vielleicht die, dass ich mich wieder intensiver mit dem Thema der Problematic Faves auseinandersetzen möchte. Ich wollte das sowieso schon lange mal in einen Essay packen, den ich dann auch veröffentlichen will. Die Welt ist eine voller Widersprüche. So bleiben am Schluss viele Fragen offen und das seltsame Fazit übrig. Ich habe Jacques Hüs mit großem Gewinn gesehen und würde ihn niemandem empfehlen. Sie können sich hier jemandem beschweren, wenn queria viel Tü että Jörg dann auchup interventions ole потом. ich 패. Sie kann sagen, dass du den svenben in einem Essay tdarstbrig. Ich sehe mich, dein gift. Sie wollen in einem eschwerfen. Sie können sich da einfach mal Sorgen, �� an derweet Entscheidung immer strecken. das nämlich die Schreckste derret Presentado pour spenden. wenn es jetzt die Bundeskarte irviel?", dann besser für mich dann patienten.